so ich gehe einfach jetzt mal von der von der anderen richtung dran so da hinten treibt er sich rum jesse butler strategie ziel leben zurückbringen das ist irgendwie immer so ja so so einfach gesagt jetzt auch wäre effizienter gegangen die arbeit und ich mache ein paar hausbesuche so den habe ich den habe ich so ich komme ich da raus am besten da hinten moment ich renne an die vorbei gleich weil dann sind da hinten meine jungs los rennen 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 so jetzt bringt man hier die polizisten er bietet sich wie er bietet sich das schon zur gefangennahme an ganz freiwillig ich werde alles tun lassen sie mich frei nehmen sie das geld behalten sie ihr geld sie werden es brauchen so ja ich brauche hier jetzt noch jemanden der kutsche für mich fährt ich will dir nichts tun hey bleib mal hier ist ja doof jetzt muss ich noch eine kutsche finden die auch gefahren wird von einem von uns na hier die könnte jetzt einfach mal gehen bleiben aber nicht dass die 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 jetzt weg bringen ist ja nicht so toll ach das waren auch noch so idioten scheiße so gut was waren das jetzt meine gesundheit war das wohl ne war es auch nicht die ist ja voll gut dann bin ich jetzt irgendwie ratlos was das eben finden das hat eben ausgesehen wie ein lsd trip das ist irgendwie eine schlecht zu steuernde kutsche sehr sehr wackelige räder er fühlte sich wohl zu höheren berufen ja das ist der gefangentransport ok nice 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 wir kommen der sache immer näher zum beispiel jetzt wär gut wenn wir schon da oben sind dann bietet sich dieses fleckchen ja schon bietet sich ja an worum handelt es sich da kinderbefreiung das kenne ich ich glaube hier sind so ein paar ein bisschen betrunken immerhin singen sie dann so schön nicht gesund und ja ok ich bin aber jetzt gerade nicht in stimmung hier ich habe äh wichtige dinge zu erledigen so ja das ist ja wieder von oben ach und den töten und keinen alarm auslösen ja moment also wenn man hier glocke sabotieren das geht für mich jetzt mal an erster stelle wenn das denn irgendwie relativ einfach geht ähm ich sollte meine hunde mitbringen um euch anzutreiben ein kleiner bis in die waden wirkt manchmal wunder aber er kommt jetzt hier nicht vorbei ne und das da unten das bringt mir auch nix aber hier mhm der da müsste noch weg ihr könnt mich nämlich sehen dann könnt ihr euch mal rein naja dreh dich weg geh weg geh weg gut so wie sieht es mit denen aus ja ja uah ne wir sind da wir sind da zu zweit was ein rotz komm komm ums eck komm ums eck gut 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 maul ne so sabotieren geht leider nicht ach Mist aber das geht äh oder auch nicht keine ahnung das müsste ah sauknapp sehr knapp na jetzt jetzt geht's sowieso nicht mehr was mit dem anderen ah diese scharfschützen da die erledige ich so äh guck ich mal hat der noch ein wurfmesser gut jetzt gehen die nämlich leer mal checken ja sind alle markiert gut so gut 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 so es geht zumindest mal kein alarm mehr was ich bin in ordnung cool zu hören wo sind hier noch kitties unten unten da hinten also dann unten sind noch zwei und da hinten dann drei okay das verstehe ich kriege ich ihn aus der deckung gekillt komm 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 perfekt hopp na jetzt guckt er blöd ne wie jetzt haut er ab jetzt haben sie keinen bock mehr immer warum arbeiten die überhaupt noch weiter hat sich erledigt so ist nicht so geil zu killen hier das kriegt der dicke ein paar hiebe was waren das eben irgendwie klingt das etwas uncool gerade warum kommt jetzt die polizei hallo ich mach doch nur was gutes aber gut das ist ja alles alles in der kontrolle von diesen pleiters von daher nicht so nicht so toll wow jungs nochmal halblang immer hier mit dem kontern das ist immer recht kurzes zeitfenster ja ich weiß ich könnte es auch so skillen dass dass es länger wäre aber das macht es doch schon ein wenig anspruchsvoller als noch zu zweier dreier zeiten aber hier wo ich will noch jemand befreit werden und bonus vertraut dieser armen dieser alten frau die macht es schon richtig auch loyalitätslevel 1 hab ich jetzt bei der clara ey ich wollte mir die truen eben noch holen was soll denn das ja und damit ist lambeth schon fast abgeschlossen und gibt es bier aha gangquartier aber das ist ja dann irgendwie das ist ja dann wahrscheinlich vergleichsweise easy so die kommen mit mir oh es gehen ah ne es gehen immer nur noch drei oder immer noch nur drei kommen ja grad noch die kisten hier wo sind die innen oder sind sie außen ich sehe jedenfalls keine vielleicht oben ok das ist eigentlich ja nicht der kleine die gleiche ebene aber auf der karte wird es mir trotzdem so angezeigt als wäre es das das ist irgendwie doof da müsst ihr hier jetzt im excel ja genau macht er hier jetzt die buchhaltung dieser firma so keine wurfmesser mehr ist auch doof warum stehen die hier an ach die hören dem zu oder so ist hier noch ein ein händler in der nähe das war das solltest du auch lieber verpässt dich du krabbe so ob das macht er jetzt zu dritt los ganz easy warum bin ich jetzt im kampf verliegen ich hab nichts gemacht gut ging aber fix und so habe ich auch meinen wurfmesser wieder ich brauche aber mehr wer wen was du hast dein zuhause ne bringt nichts ich brauche ja auch noch medizin dann gehe ich einfach mal zum händler da und gib mal ein bisschen geld aus so ja bin ich ne arme sau ah schatzkarten da war ja auch was äh oh aber spurtuch das ist äh London fremdenführer historischen illustrationen wo ist wo gibt es die aber ansonsten dann ne das ist so das ist was für die ganz 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 äh ähm frommen Kompletionisten ich bin ja dann doch schon Kompletionist aber nicht so dann eher so in die richtung in dem rollenspiel so viele nebenquests wie es geht aber das ist ja jetzt hier nicht vergleichbar mit ja so viele so viel fracht eskortieren wie es geht und so weil in rollenspielen steckt da ja meistens dann noch mal irgendwie eine story dahinter die die ja ganz interessant ist zu erleben äh das ist ja was ganz anderes so anführe anführe unbemerkt ist das anführe krieg ich unbemerkt hin oder jo ah und die gehen schon allein da dran dann ah da ist kommt jemand hoch ach das ist die warum kommt die hoch anstatt zu kämpfen so da da hole ich da gehe ich ran die hole ich mir das war eine coole attacke da runter gerutscht mach deinen job los 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 warte da ist doch noch jemand da war noch jemand an die ist geflohen ja wieso macht ihr den job niemand was mit einem job so geht es ebenso wo sind jetzt gefangenen wuchs die habe ich noch gar nicht befreit oder gut das ist quasi automatisch dann war dass sie wahrscheinlich sterben dürfen das steckt da wohl dahinter je das heißt lempef ist jetzt wieder uns beziehungsweise zumindest mal nicht mehr in der hand der pleite ist was schon viel wert ist banden krieg verfügbar also das müssen wir noch machen und dann das sind die letzten zehn prozent kommt dann immer automatisch 24 raben in einer pastete ja los geht's ne das ist ja ausweichen weil sie gar nichts mehr so schön konzentrieren ich kann mich gerne ausletzen ich kann mich gerne aufsetzen ich kann mich gerne aufsetzen wie war es das schon ne da will noch jemand getötet werden warum wollte der weg fahren oder so generell fahren habe ich nicht so verstanden das dauert aber bei dem dicken kerl jetzt bringen sie das pferd hier noch um sogar zweimal drauf geschossen ganz schön dickes feld es wird eng hier das ist ein gemetze alle auf ein aber das war jetzt trotzdem nicht diese dieser banden krieg wir brauchen ihre hilfe bei der übernahme des bezirks miss frei gegen kleto strains gang ja wieso er selbst doch ist doch tot was soll denn das jetzt müssen jetzt noch gegen seine gang kämpfen aber er hier verstehe ich jetzt nicht ganz nun da müsste sie irgendwie schwach sind unter den lebenden weil stehen ihre chancen lambeth zu übernehmen recht gut mögen die besseren gewinnen das ist so was offizielles so eine straßenschlacht hier jetzt die art hat und das ist wirst du keine ahnung warum es passiert manchmal spaßes halber da steht immer noch was von zwölf das sind aber meiner meinung nach mehr weiß nicht ob ich das so sehe aber vielleicht ist auch mal zwölf einfach rum weil der rest dann flieht sind sie davon jetzt überzeugt war das so ein jubelndes jahr oder zustimmendes jahr der lamp ist jetzt erobert p p p p sagen müssen wir die die bonus ep noch ausnutzen wenn man dann mal weiter hier mit der mit der nächsten mission unserem freundchen dem bell der glocke der gute mann ja das telefon entwickeln will aber der meinung ist das telefon ein viel zu komplizierter namen für telefon wäre was ein krasser sound in der anzug überfährt bloß nicht überfahren lassen da jetzt dranhängen wäre auch irgendwie erfahre also so ein ding hoch zu klettern so ein seil das ist muss ja dumm sein also ist ich irgendwo so runter ist es ja was ganz anderes das ist ja ganz cool funktioniert ja auch recht gut beziehungsweise ist ja dann muss man ja nicht viel arbeiten so gleich sind wir dann da wie man sieht eben im feinsten bezirken ach was gibt es hier neben dran für geschäfte irgendwas mit was building vom dritten stock hier gibt es wieder und ansonsten hier gibt es auch ums aber da möchte ich da gibt es bier wie überall aber da möchte ich ehrlich gesagt ich wohnen in so einem rum in so einem haus so ah jacob miss frei schön sie zu sehen kennen sie starix neueste lügen schon lügen in einer zeitung es ist mit der neuen leitung die sie einrichten wollten die bestellten kabel sind nie angekommen und dann haben wir das hier abgefangen eine nachricht über beschlagnahmte fracht am college warf dann in schlag nahmen wir sie moment ein anderes abgefangenes telegramm enthielt das rezept für ein stark wirkendes halluzinogenes serum ich passte diesen bolzenmechanismus an ihre arm schienen an alec sie sind ein genie das ist offenkundig nicht wahr obwohl ich habe auch entdeckt dass das serum gasförmig wird wenn man es hitze aussetzt gerade als ich dachte sie könnten sich nicht mehr übertreffen heißt also jetzt wir haben so was wie eine gift attacke wenn ich das jetzt richtig verstanden habe halshygiene bolzen ja genau kennt man die dieses also diese diese art der waffe ja aber mit der kutsche jetzt die vermisste crew aufzuspüren also man merkt doch schon sehr unterschiedliches fahrverhalten von verschiedenen kutschen das war jetzt irgendwie dumm dass er hier abbiegen muss ohne zu blinken so hinten soll meine grupp sein aber da steht sie auch holzen auf feuer in feindnähe schießen ja das ist doch ja sehe ich zwar aber wieso null von neun jetzt trifft das greifen sie sich jetzt alle gegenseitig an cool macht euch alle jetzt los hat mich entdeckt aber das macht ja nichts das hier ist ja irrelevant wow und die fracht mit dem adlerauge auf moment die sie schon aber erst mal muss jemand befreit werden so wenn die jetzt auch so bolzen dabei haben dann wäre das ja auch weil es ja ziemlich cool da war doch noch ein dritter 1 2a da liegt so der liegt so mit drin so und dann dann ist da vorne 1 so schön anzusehen aber jetzt habe ich keine mehr jetzt diese geschossen äußerst brutal naja aber was sein muss muss sein ne ja Vielen Dank.